haben sich, obwohl der Regierung die Gefahren bekannt waren, auf den Bodenkrieg in Südvietnam eingelassen. Die US-Armee, ausgebildet zur konventionellen Kriegsführung, ist in den Dschungeln und Sümpfen Vietnams überfordert. Die nationale Befreiungsfront verweigert den offenen Kampf. Ihre Angriffe erfolgen aus dem Rückhalt unzähliger kleiner Dörfer und Siedlungen, wo die Aufständischen kaum von der Zivilbevölkerung zu unterscheiden sind. Junge US-Infanteristen übernehmen die nervenaufreibende Suche nach dem Feind. Der Vietnamkrieg ist aus amerikanischer Sicht eine neue Art von Krieg. Im Zweiten Weltkrieg gab es große Truppen, die sich gegenüberstehen. Man konnte Erfolge messen, indem es große Schlachten gab, indem man Orte erobert hat, Täler erobert hat, Truppen zurückgedrängt hat. Der Vietnamkrieg wird heute mit dem Begriff asymmetrischer Krieg bezeichnen. Also wir haben eine große Streitmacht auf der amerikanischen Seite und oft unsichtbare Gegner auf der anderen Seite. Es gibt keine Front, weil die Guerilla überall agiert, unterschiedlich intensiv, aber überall versucht präsent zu sein. Weil sie im Amerikanischen würde es heißen Hit-and-Run-Tactics verfolgt. Also sie schlägt zu und verschwindet wieder in den Dörfern. Sie ist also einfach nicht dingfest, lokalisierbar. Sie ist nicht lokalisierbar und das macht den Krieg einfach sehr schwierig. Der Bodenkontakt findet im Süden statt. Das sind ländliche Gebiete. Das Mekong-Delta, das ist eine sehr feuchte Region mit vielen Flüssen und einem sehr weitverzweigten Flusssystem. Also im Grunde genommen Sumpfgebiet. Dann gibt es so im Süden noch einige Ebenen, in denen sehr viel intensive Reiswirtschaft betrieben wird. Freies Feld, aber auch eben feucht. Und dann gibt es sehr viel Wald, Urwald, Dschungel. In diesem unwegbaren Terrain kann sich die Guerilla traditionell auf die Unterstützung der Zivilbevölkerung verlassen. Die Kämpfer stammen selbst aus den aufständischen Regionen und sie haben sich schon immer um die Belange der Bauern gekümmert. Die Vietmingen haben immer ein großes Augenmerk darauf gelegt, die sozialen Probleme, die bestanden in Südvietnam und in Zentralvietnam, zu lösen. Das bedeutete zum Beispiel hohe Pachtgebühren, das bedeutete Landlosigkeit. Sie haben schon in den 1950er Jahren, schon während des Krieges gegen die Franzosen, Landreformen durchgeführt. Und das dann eben weitergeführt ab Dezember 1960, also seit Gründung der NLF, der Befreiungsfront. Und das heißt, sie haben innerhalb kurzer Zeit große Unterstützung bekommen von Seiten der ländlichen Bevölkerung. Es kommt dem Vietcong darauf an, die enge Verbindung zwischen Bevölkerung und Vietcong permanent aufrecht zu erhalten. Das ist sozusagen der Schlüssel für den Ausgang der Konfrontation. Und das ist offenbar dem Vietcong sehr viel besser gelungen, als es den Südvietnamesen respektive Amerikanern gelungen ist, eine Trennung zwischen Insurgenten und einfacher Bevölkerung herzustellen. Mit groß angelegten militärischen Operationen versuchen die Amerikaner Herr der Lage zu werden. Ein Propagandafilm der US-Armee zeigt, wie eine Befriedungsaktion in der Theorie aussehen sollte. Wir erreichen unser Ziel in vier Stufen. Erstens riegeln wir ein Dorf ab und zerschlagen die örtliche Organisation des Vietcong. Zweitens sichern wir das Einsatzgebiet durch flächendeckende Patrouillen. Drittens gewinnen wir das Vertrauen der Bevölkerung, indem wir für Sicherheit und eine funktionierende Zivilverwaltung sorgen. Viertens entwickeln wir die Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden und der Regierung Südvietnams. Speziell ausgebildete amerikanische und südvietnamesische Befriedungsteams kreisen ein Dorf ein. Es wird in einem doppelten Ring eingeschlossen, damit keine Vietcongen entkommen können. Im Morgengrauen ist der ganze Ort hermetisch abgeriegelt. Es werden Flugblätter abgeworfen, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Niemand darf das Dorf verlassen. Man treibt alle Männer im Alter zwischen 15 und 45 Jahren zusammen und transportiert sie ab. Sie werden überprüft und anschließend verhört. Den anderen Dorfbewohnern wird mitgeteilt, dass sie nichts zu befürchten haben. Von nun an wird der Vietcong sie nicht mehr bedrohen können. Unterdessen läuft die Durchsuchung des Ortes. Findet man Tunnel, werden sie ausgeräuchert und man überprüft, ob sie geheime Waffen und Proviantlager bergen. Mit recht unbeholfenen Methoden versuchen die Amerikaner, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Sie meinen dadurch den Rückhalt, den die Befreiungsbewegung in der Zivilbevölkerung genießt, brechen zu können. Der Vietcong fürchtet diese Operation, weil er nun das Volk nicht mehr terrorisieren kann. Denn wer keine Angst hat, wird sich gegen die Aggression zur Wehr setzen. Es ist ihnen nie gelungen, die Herzen der Bewohner zu erringen. Sie haben die Herzen einer korrupten Mittelklasse gewonnen, die kassiert haben und reich geworden sind. Und die haben die Bauern ausgebeutet, ausgepresst. Die Bauern, die hatten keinen Anlass, die eigene Regierung zu unterstützen. Und auch nicht die amerikanischen Soldaten, die am Ende gar nicht mehr wussten, wer ist Freund, wer ist Feind. Und um sicher zu gehen, machen wir alle nieder. Ja, damit kann ich nicht die Herzen der Einheimischen gewinnen. Tagsüber waren natürlich die Amerikaner vor allem präsent mit ihrer massiven Feuerkraft. Und nachts kam dann die Vietcong. Also tagsüber waren sozusagen die Regierungsbeamten da, die die Bauern auch noch geknetet haben, durch erhöhte Abgaben. Und wenn man dann sozusagen loyal war zum eigenen Regime und auch freundlich zu den Amerikanern, kamen am Abend im Dunkeln die Vietcong und wurden dann diese Leute massakriert. Also was tut man da? Ein amerikanischer Film, hergestellt aus erbeuteten vietnamesischen Material, schildert einen Angriff der Befreiungsfront. Sie bestimmt Ort und Zeitpunkt des Geschehens. Die Vietcongen attackieren ein gepanzertes Truppenfahrzeug. Sie zerstören es und töten einige Besatzungsmitglieder. Gefangene werden barfuß durch den Dschungel abgeführt. Nach dem Einsatz werden keine Waffen zurückgelassen. Jeder Vietcong, der eine feindliche Waffe erbeutet, wird als Held gefeiert. Wie ein Schulungsfilm der US-Armee zeigt, sind amerikanische Infanteristen in jedem Dorf, das sie betreten, gefährdet. Sie können jederzeit aus einem gut getarnten Versteck unter Beschuss genommen werden. Jeder Dorfbewohner könnte ein Aufständischer sein. Das ist dem Vietcong recht gut gelungen, dass die Kämpfer in der Bevölkerung verschwinden und untertauchen können. Und bei Gegebenheit tendenziell die gesamte Bevölkerung sich in Kämpfer verwandelt. Dieser Krieg in Südostasien ist ungewöhnlich. Es gibt keine Frontlinien. Der schwer zu fassende Feind kann sich als Dorfbewohner oder Bauer tarnen. Um herauszufinden, was in feindlichem Gebiet vorgeht, braucht man Bodentruppen. Bei ihren Search-and-Destroy-Missionen durchkämmen amerikanische Patrouillen in oft mehrwöchigen Einsätzen feindliches Terrain. Sie begeben sich dabei in höchste Gefahr, haben aber nur mäßigen Erfolg. Der Gegner ist nicht sichtbar. Und man versucht einfach irgendwie an diesen Gegner heranzukommen. Aus Sicht des amerikanischen Militärs will man sozusagen die eigenen Verluste so gering wie möglich halten. Nur damit, indem man sich einfach den Weg freischießt. Die US-Armee verschärft im Kampf gegen die Aufständischen die militärische Härte. Sie versucht, ihnen die Rückzugsräume zu nehmen. Dann kommen Pionierpanzer und planieren große Dschungelflächen, um dem Vietcong in Zukunft das Versteck zu nehmen. Dabei gilt auch die grundlegende Devise eines jeden Partisanenkrieges. Je repressiver die Gegenseite auf Anschläge, Ermordungen und derlei mehr reagiert, desto mehr Unterstützung bekommt man selber durch die Bevölkerung, weil die andere Seite ja noch viel schlimmer ist. Auf alles, was irgendwie sich bewegt wird, geschossen, mit allen Mitteln. Das amerikanische Militär hat eine fast unbegrenzte Anzahl Munition. Und da wird gefeuert, wie es geht. Und hinterher sieht das Gebiet halt aus wie eine Mondlandschaft. Wenn der Vietcong in der Fläche diffundierte, dann kam es darauf an, ihn aufzuspüren, ihn zu stellen, zu markieren, um ihn dann aus der Luft mit Kampfbombern ohne eigene massive Verluste von Bodentruppen zu vernichten. Das war das Konzept, das aber natürlich so nicht aufgegangen ist. In diesem unübersichtlichen Krieg setzt die US-Luftwaffe verstärkt Napalm gegen vietnamesische Dörfer ein. Dabei handelt es sich um ein langsam brennendes, verdicktes Benzingemisch, das kaum zu löschen ist. Insgesamt werden während des Krieges ungefähr 400.000 Tonnen Napalm über Vietnam abgeworfen. Die Kollateralschäden wurden immer massiver. Die Identifikation des Vietcong war nicht zuverlässig, wie hätte es auch sein können, in der Aufspürung von Partisanen, die gewissermaßen sich immer wieder mit der Bevölkerung vermischt haben, sodass also Napalm, also diese spezifische Waffe der Amerikaner, gleichsam zum Symbol der amerikanischen Kriegsverbrechen in Vietnam geworden ist. Napalm, eine Waffe, die alles, auf das man schießt, verbrennt. Und das, was nicht brennt, stirbt daran, dass es keinen Sauerstoff mehr hat. Also eine ganz schlimme Waffe, die gegen militärische Ziele eingesetzt wird, die im Krieg zunehmend aber auch eingesetzt wird, gegenüber Zielen, wo die Unterscheidung von zivil und militärisch nicht mehr so einfach zu treffen ist. Also zum Beispiel gegenüber Dörfern, wo Amerikaner vielleicht einen Trupp kommunistische Soldaten vermuten. Okay, dann wird die Luftwaffe gerufen, dann wird Napalm abgeworfen, Innerhalb von Sekunden fängt das Dorf Feuer, brennt, aber unter Umständen sind halt eben auch noch Frauen, Kinder, alte Leute, Bauern auch noch da, die dann auch sterben, also entweder, weil sie verbrennen oder weil sie eben an Sauerstoffmangel sterben. Also eine berüchtigte Waffe. Das amerikanische Militär setzt auf Masse. Das Heer von Versorgungstruppen, das die US Air Force mit Napalm beliefert, sorgt auch für den Nachschub von unzähligen Sprengbomben. Moderne Kriegsführung schließt in den späten 1960er Jahren auch den Einsatz einer weiteren chemischen Waffe ein. Agent Orange, ein hochgiftiges, dioxinhaltiges Entlaubungsmittel. Insgesamt werden rund 50 Millionen Liter dieses Kampfstoffes über den Dschungeln Vietnams versprüht. Agent Orange, Entlaubungsmittel, die dann in großem Stil eingesetzt wurden, wo man also versucht hat, den Gegner sichtbar zu machen, indem man den Wald entlaubt mit Chemikalien. Das hat furchtbare langfristige Folgen, weil einfach diese Chemikalien doch sehr lange im Boden bleiben, dann ins Grundwasser sickern und in einigen Regionen das eben einfach langfristige Folgen hat, bis heute. Aber im Krieg natürlich eingesetzt wurde, zunächst einmal eben, um den Gegner sichtbar zu machen. Ein Krieg, der also mit allen Mitteln, muss man sagen, unterhalb der Schwelle natürlich der Nutzung der Atombombe eben geführt wurde. Dieser Krieg war in dieser Form, mit dieser Verzähligkeit der Nordwindermesen gegen diesen Besatzer, gegen diese weißen Eindringlinge, das waren die Amerikaner in Verständnis, das waren Feinde, war nicht zu gewinnen. Kurzum, die Herstellung massiver technologischer amerikanischer Überlegenheit ist gescheitert oder konterkariert worden, durch ihre Unfähigkeit zwischen Freund und Feind präzise zu unterscheiden. Deswegen ist gewissermaßen die amerikanische militärische Antwort politisch nach hinten losgegangen. Man darf sich nicht auf die Art der Kriegsführung der stärkeren Seite einlassen. Man darf nicht aus der Deckung gehen. Man muss dafür Sorge tragen, dass man Nachschubwege blockiert und dass man die moralischen Ressourcen des Gegners angreift. Wie demotiviert man eine an Ausrüstung und an der Ausbildung her überlegene Streit macht? Man demoralisiert sie, indem man ihnen große Verluste zufügt, ohne dass es zu einer offenen Feldschlacht kommt. Ohne, dass man sich ihnen offensiv stellt zur direkten Auseinandersetzung, Kompanie gegen Kompanie, oder meinetwegen Zug gegen Zug oder Mann gegen Wann. Und wie bringt man das zu Wege? Mit einem ganz einfachen und sehr billigen Mittel. Nämlich indem man das ganze Land mit Sprengfallen, mit Minen übersät. Und im Grunde genommen das ganze Terrain zu einer Todeszone macht. Zu einer Todeszone, in der sich die feindlichen Soldaten überhaupt nicht bewegen können, ohne damit rechnen zu müssen, in jeder Sekunde auf einem Sprengfall, auf einer Mine zu treten. Das genau war in Vietnam der Fall. Es gab Einheiten, in der amerikanischen Armee und auch bei den Marines, die 50 Prozent ihrer Verluste nur durch den Einsatz von Sprengfallen hatten. Die nie einen Gegner zu Gesicht bekommen hatten. Ein Krieg, der mit ungleichen Mitteln geführt wird. Und da versuchen eben die vietnamesischen Soldaten einzusetzen, was geht. Sie versuchen halt, so viele amerikanische Soldaten zu treffen wie möglich. Mit relativ begrenzten Mitteln. Das sind zum Beispiel eben Fallen wie Erdgruben. In den Dschungeln Vietnams kämpft die Guerilla nicht nur mit geschmuggelten oder gestohlenen Waffen. Sie fertigt primitive Fallen an, die dem Nichtsahnenden extrem gefährlich werden können. Es sind Gruben, dann in denen Bambusstöcke, die so angespitzt sind, unten stehen, die also erhebliche Verletzungen auslösen. Man versucht mit sehr einfachen Mitteln auch möglichst viel Schrecken und Verwundungen und Tod herbeizuführen. Ein Lehrfilm für amerikanische Soldaten warnt vor einer weiteren Gefahr, den sogenannten Booby Traps. Diese Sprengfallen sind zwar nicht immer tödlich, kosten aber etlichen Infanteristen das Augenlicht, eine Hand oder ein Bein. Überall könnte so eine tückische Sprengladung versteckt sein. Selbst einer scheinbar harmlosen Wäscheleine sollte man sich nur mit größter Vorsicht nähern. Es gibt viele amerikanische Soldaten, die das eindringlich in ihren Erinnerungen beschrieben haben. Einer hat es auf die sehr griffige Formel gebracht. Wenn du einen Fuß an die falsche Stelle setzt, war das möglicherweise dein letzter Schritt. Die Kämpfer der Nationalen Befreiungsbewegung schlagen mit den Waffen des Gegners zurück. Die Blindgänger aus amerikanischer Fabrikation werden eingesammelt. Sie werden in geheimen und gut getarnten Nachschublagern ausgeschlachtet. Der Sprengstoff wird für die Herstellung von Minen genutzt. Auf diese Waffe sind insgesamt 10 Prozent aller amerikanischen Verluste zurückzuführen. Das hat in der Tat dann die Moral dieser GIs in einer Weise zermürbt, von der man sich vorher keine Vorstellung hat machen können. Einerseits verbreiten die Amerikaner ja Schrecken und Terror. Aber das tun natürlich die kommunistischen Soldaten auch. Sie versuchen natürlich das amerikanische Militär auch zu terrorisieren, sie zum Abzug zu bewegen mit allen Mitteln. Und da sind sie doch relativ erfolgreich, was sich ganz zynisch natürlich an der Anzahl der amerikanischen Gefallenen ablesen lässt. Und die Todesrate, die steigt halt dramatisch an. In der Nähe von Saigon gab es ein sehr weitverzweigtes Tunnelsystem in Ku Chi, so ein Distrikt in der Nähe von Saigon. Die Vietkong, also die Befragungsfront, ist gewissermaßen unter die Erde gegangen und hat ein weitverzweigtes Tunnelsystem errichtet. Mit einer regelrechten Infrastruktur, mit Küchen, mit Versammlungsräumen etc. Die Amerikaner waren zunächst mal in diesem Gebiet stationiert und wunderten sich, dass plötzlich nachts ab und zu amerikanische GIs erschossen wurden. Sie wussten zunächst mal gar nicht, wo der Feind war. Tatsächlich war der Feind halt unter der Erde. Die Amerikaner haben versucht, dieses Tunnelsystem zu zerstören. Also sie haben relativ schnell gemerkt, dass es dieses Tunnelsystem gab. Aber es ist ihnen faktisch nicht gelungen, dieses Tunnelsystem endgültig zu zerstören. Wenn man nur eine Ahnung davon hat, mit welcher Leidenschaft, Hingabe, Zähigkeit, Entschlossenheit der vietnamesische Soldat tagelang mit einer Handvoll Reis im Busch gehockt hat. Und wenn man, was man heute machen kann, einen Teil der Tunnelanlage sich anschauen kann und sich klar macht, dass diese Vietnamesen in fünf Etagen gelebt haben, wie die Maulwürfe. In fünf Etagen mit Krankenhäusern in der Erde. Diese ungeheure Leidensfähigkeit dieser Soldaten, wenn man das dann vergleicht mit amerikanischen GIs, die, ich sag's mal etwas polemisch, von McDonald's in Chicago plötzlich im Urwald sind, dann weiß man, das konnte nicht gut gehen. Die Vietnamesen haben gegen die Chinesen gekämpft, gegen die Franzosen gekämpft, gegen die Japaner gekämpft. Sie hatten eine fast jahrhundertlange Erfahrung, gegen Besetzer zu kämpfen. Und als solche wurden die Amerikaner wahrgenommen. Und sie waren weiterhin bereit, für ihre Freiheit und Unabhängigkeit ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und deshalb war dieser Krieg mit den klassischen Maßstäben überhaupt nicht zu gewinnen. Man kann sagen, dass die Dimension eines existenziellen Kämpfens immer auf der Seite der Nordvietnamesen und des Vietcongs gewesen ist. Es war sozusagen ihr Land, ihre Werte, ihre Zukunft. Wohingegen für die südvietnamesischen Eliten und die Amerikaner das eine instrumentelle Betrachtung gewesen ist. Die Bereitschaft, weitere Eskalationsschritte zu machen, die die Bereitschaft des Sterbens einschließen, sprach immer für den Wert kommen. Das US-Militär setzt verstärkt fliegende Festungen zur Bodenunterstützung ein. Diese Douglas AC-47 sind mit schweren Maschinengewehren vom Typ Gatling bestückt und nehmen mit 4000 Schuss pro Minute festgelegte Planquadrate, sogenannte Free Fire Zones, unter Feuer. Wegen der verschossenen Leuchtspur-Munition erhalten diese Flugzeuge in Anspielung auf einen amerikanischen Folk-Song den Spitznamen Puff the Magic Dragon. Man versucht noch einmal verstärkt durch den Gebrauch der Luftwaffe, den Vietcong, den man nicht sicher identifiziert hat, gleichsam durch das Verheeren von Segment zu Segment zu vertreiben und zu vernichten. Also eine Form der Barbarisierung des Krieges, die hier einsetzt. Südvietnamesische und amerikanische Truppen halten Nachschubwege offen, indem sie eine große Basis des Vietcongs attackieren. Zuerst wird das Camp von der Marine unter schweres Feuer genommen. So deckt sie den Vormarsch der Infanterie. Wenn sich der Rauch verzieht, werden wie üblich die Gefangenen zusammengetrieben. Viele sind schwer verletzt. Unter ihnen befinden sich viele Frauen, die der Feind als Munitionsträgerinnen zur Infiltration von Dörfern oder als Informantinnen einsetzt. In dem Moment, wo man nicht sieht, wer der bewaffnete Feind ist, waren viele versucht zu sagen, alle, derer sie habhaft werden können, Bauern, Kinder, Frauen, sind Helfershelfer dieses Vietcong. Sie arbeiten tagsüber in Feldern und nächtens werden sie zu Guerillas. Man ist zu einem Punkt gekommen, wo diese überbordende Angst jedwedes Unterscheidungsvermögen, salopp formuliert, planiert hat. Man war bereit, alle haftbar zu machen für diese Verluste, die man selbst hat erleiden müssen und hat dann entsprechend sich auch benommen. Bei Einsätzen gegen Dörfer, gegen Kleinstädte, wo man Truppen des Vietcong vermutete, hat man im Grunde genommen alle in Feindverdacht gehabt und im Zweifelsfall auch alle entsprechend bestraft. Da normale Einheiten oft nicht effektiv genug sind, verlegt sich die US Navy auf den Einsatz von Spezialverbänden, die gezielt feindliche Funktionäre töten sollen. Die Existenz dieser Kommandoeinheiten wird bis in die späten 1960er Jahre verschwiegen. Hier sehen Sie eine der außergewöhnlichsten militärischen Einheiten aller Zeiten. Hinter diesen grünen Gesichtern verbergen sich Männer, die den wagemutigsten Auftrag erfüllen, der amerikanischen Soldaten gegeben werden kann. Es sind die Navy Seals und sie führen einen besonderen Krieg. Jahrelang war die Existenz dieser Spezialtruppen ein Staatsgeheimnis. Nun aber kann ein Teil ihrer Geschichte erzählt werden. In kleinen Gruppen werden die Special Forces in feindlichem Terrain abgesetzt. Sie sollen schnell und überraschend zuschlagen. Für ihren Einsatz wurden die Soldaten auf absolute Rücksichtslosigkeit getrimmt. Meine Herren, hier drinnen herrscht Krieg. Das habe ich bereits gesagt. Wir nehmen sie hier hart ran und sie müssen sofort reagieren. Wenn sie das im Einsatz nicht tun, kommen sie auf die Verlustliste. Und das bringt uns nichts. Wir müssen sie dann in eine Holzkiste packen, weil sie ihr Gehirn nicht benutzt haben. Die Tüchtigsten oder man kann auch sagen die Verrücktesten, jedenfalls die Abenteuerlustigsten und Todesbereiten, werden dann zu entsprechenden Gruppen zusammengestellt. Eine wichtige Rolle spielt, dass innerhalb dieser Kampfverbände die Männer sich aufeinander verlassen können. Die Kampfkraft eines Verbandes ist umso höher, je größer die Sicherheit eines jeden einzelnen Kämpfers ist, dass er im Falle einer Verwundung nicht zurückgelassen wird. Dass aber solche Spezialtruppen relativ schnell außer Rand und Band geraten. Und angesichts der Härte der Gefechte, die sie dann zu führen haben, so etwas wie eine Massakermentalität entwickeln. Das ist nicht verwunderlich. Das gehört sozusagen zur Psychologie von Gewalt dazu. Im Laufe des Jahres 1967 steigert sich der Druck auf die US-Einheiten, möglichst hohe Bodycount-Zahlen zu liefern. Einzelne Truppenteile reagieren auf die ständige Anwesenheit des Todes mit ganz eigenen Ritualen. Sie hinterlegen bei jedem getöteten Vietnamesen eine Spielkarte. Sie denken, das Pik As wird von den Überlebenden als Todeszeichen, als Drohung und Warnung begriffen. Wenn man mit dem Tod und mit Todesangst umgeht, dann bilden sich Verhaltensweisen heraus, in denen man das distanziert, spielerisch umsetzt und derlei mehr. Das ist eine Form des Managements von Angst und der Aufrechterhaltung von Kampfkraft und der Bedingungen, unter denen es keine präzise Separierung von Front und Etappe gibt. Indem also permanent etwas passieren kann. Indem man permanent attackiert werden kann. Dann entwickelt sich so etwas wie eine makabre Disposition bei den Soldaten, um mit diesen Ängsten umzugehen und trotzdem, sagen wir mal, die Fassade von Männlichkeit zu bewahren. Das ist ja ein ganz großes Problem zu vermeiden. Bei den anderen den Eindruck zu erwecken, man sei ein Schisser im buchstäblichen Sinne. Also zu sagen, habe sich nicht mehr unter Kontrolle. Und dass da allerhand makabre Praktiken dann sich ausbreiten, das würde ich sagen, gehört zu normalen Reaktionsmechanismen, wenn man in diesem Zusammenhang von Normalität sprechen darf. Zwischen Juni und November 1967 wird die Tiger Force, eine Eliteeinheit aus altgedienten Kämpfern der 101. Airborne-Division, in der Küstenprovinz Quanggai, südlich von Da Nang, eingesetzt. Das Songwetal wird zur Free Fire Zone erklärt und die Einheit, deren Erkennungszeichen Kampfanzüge mit Tigermuster, Schnauzbärte und breitkrempige Allwetterhüte sind, zieht mordend und vergewaltigend durch das Land. Niemand zählt die Toten. Heute schätzt man vorsichtig mehrere hundert Opfer. Faktisch war ab ca. 67, 68 ein großer Teil der südvietnämischen Bevölkerung, vor allem auf dem Lande, kriegsmüde. Und den meisten ging es jetzt eigentlich nur noch darum, zu überleben. Und wer konnte, floh. Wer nicht konnte, versuchte irgendwie noch in den Dörfern zu überleben. Hatte aber sehr schlechte Karten, denn die Amerikaner waren eigentlich nur daran interessiert, gute Statistiken zu erzählen. Also das bedeutete gute Body-Count-Zahlen und eine hohe Tötungsquote. Das war für damals für amerikanische Offiziere ein wichtiges Beförderungskriterium. Und wenn ein vietnamesischer Bauer auf dem Reisfeld arbeitete und ein Hubschrauber vorbeikam und dieser Bauer aus Furcht floh, dann war für die Hubschrauberbesatzung klar, das ist ein Vietcong, weil er flieht und er wurde eben mit der MG niedergemäht. Diese alltägliche Gewalt zieht sich im Grunde genommen von dem Jahr 1965 bis zu dem Rückzug ab dem Mai 1975. Sie nimmt unterschiedlichste Formen an. Von der Schikane gegen Dorfbewohner bei der Besetzung eines Dorfes angefangen, wenn man also bewusst vergiftete Getränke in Umlauf bringt. Oder aber mit den Jeeps oder den Panzern vorsätzlich Hütten überrollt oder Passanten unter Feuer nimmt. Bis hin zu Helikoptern, die auf dem Rückflug von Einsatz A in ihren Stützpunkt B überflüssige Munition verfeuern, indem sie auf Feldern arbeitende Bauern unter Beschuss nehmen. All das sind im Grunde genommen alltägliche Vorkommnisse. Zu den alltäglichen Vorkommnissen gehört auch die Ermordung von Gefangenen. Folter ist an der Tagesordnung. Alle foltern. Alle foltern. Also es wäre, denke ich, ungerecht, sozusagen zu sagen, nur die Amerikaner tun es. Es ist deswegen sozusagen für die Amerikaner ein bisschen was anderes, weil sie mit einem hohen moralischen Anspruch antreten. Und weil sie nicht in der Lage sind, diesem moralischen Anspruch gerecht zu werden. Das tun andere vielleicht nicht in dem Maße. Und deswegen geraten die Amerikaner dann auch schnell in die Kritik zurecht. Aber sie sind sicherlich nicht die einzigen. Einige der GIs wurden dann in Südvietnam übrigens sofort ermordet und zum Teil verstümmelt und dann gewissermaßen zur Schau gestellt, um die anderen GIs, die ihren getöteten Kameraden dann fanden, zu demoralisieren. Das wurden verschiedene Extremitäten abgeschnitten und die wurden auf einem Dschungelfahrt so zur Schau gestellt, dass die GIs, die halt dann ihre Kameraden dann suchten, früher oder später auf die Leichen trafen. Auch die Befreiungsfront verübt Gräueltaten an Zivilisten. So überfallen im Dezember 1967 zwei Vietcong-Bataillone das Dorf Daxon mit Flammenwerfern und nehmen Rache an den Montagnar, vietnamesischen Ureinwohnern, die sich in den Schutz der südvietnamesischen Regierung begeben haben. Über 250 Menschen sterben. Unter militärischen Aspekten hat die Befreiungsfront zunächst mal auch zurückgegriffen auf Guerillataktiken. Sie hat unter der Dorfvervölkerung Guerillakämpfer rekrutiert. Zunächst mal hat sie das versucht durch Überzeugungsarbeit. Allerdings hat sie auch durchaus Druckmittel eingesetzt und wenn es notwendig war, auch durchaus härterer Mittel. Zivilisten sind die Hauptleidtragenden des Krieges. Das hat gravierende Folgen für die ganze südvietnamesische Gesellschaft. Diese Search-and-Destroy-Aktionen, die richteten sich ja nicht nur gegen die Vietcong, also gegen die Befreiungsfront, sondern gegen die gesamte südvietnamesische Bevölkerung, vor allen Dingen auf dem Lande. Und die Bevölkerung reagierte dann verstärkt mit Flucht. Große Teile der südvietnamesischen Gesellschaft wurden entwurzelt. Sie flohen in Städte, also in einem sozialen Raum, den sie vorher überhaupt nicht kannten. Sie mussten irgendwie überleben. Das führt in vielen Fällen dazu, dass Frauen sich als Prostituierte verdienten. Dass sich Kinder, die häufig dann auch Weisen schon geworden waren, als Bettler versuchten zu überleben. Eine große Anzahl von Teilen der ländlichen Bevölkerung, die halt provisorisch in Flüchtlingslagern lebte, also am Rande des Existenzminimums, gewissermaßen wie ein Lumpenproletariat. Die US-Armee zieht Nutzen aus der Not der Bevölkerung. Sie entlohnt Kinder für das Einsammeln von Blindgängern, Minen, Granaten und anderen Munitionsteilen. Jetzt passiert genau das, was Kennedy vorausgesagt hatte. Immer mehr Soldaten, mehr, 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 mehr. Im Frühjahr 1968 sind sage und schreibe 550.000 amerikanische Soldaten in Vietnam stationiert. Das muss man sich mal vorstellen. 550.000, die die gesamte Struktur dieses Landes auf den Kopf stellen. Ende 1967 erklärt US-Oberbefehlshaber William Westmoreland, die Kommunisten seien nun bald besiegt und er sehe das Licht am Ende des Tunnels. Der Feind, so denkt er, kann der stetigen Truppenerhöhung von Seiten der USA auf Dauer nichts entgegensetzen. Die Hoffnung war immer, wenn wir noch ein bisschen weiter gehen, noch 10.000, noch 20.000, noch 50.000 Truppen mehr haben, noch ein paar mehr Bombardierungen machen und noch mehr Tote auf der anderen Seite zählen, dann knickt die andere Seite ein. Und das erwies sich immer wieder als Trugschluss. Aber das hieß auch, dass Amerika so langsam und immer deutlicher in diesen Krieg hinein ging, immer weiter eskalierte. Und manche haben das schon mal mit dem Sumpf beschrieben, Quagmire im Amerikanischen. Also man ging immer einen Schritt weiter und mit jedem Schritt, den man ging, ging man immer tiefer in den Sumpf hinein. Dieses Bild stimmt ein Stück weit, andererseits ging man auch sehenden Auges in diesen Sumpf hinein. Also es war nicht nur der Sumpf, der einen dann zog und man hatte gar nicht gedacht, dass das passieren könnte, aber doch, die Eskalationen waren klein und die Hoffnung, einen Schritt weiter und dann ist das sogenannte Licht am Ende des Tunnels. Und das verkündete man dann auch der Bevölkerung ja immer wieder. Die Ergebnisse bleiben aus. Im Gegenteil, die Zahl der Toten wächst. Die grünen Bodybags kommen nach Amerika. Die Zustimmung in der amerikanischen Bevölkerung lässt nach. Antikriegsaktivisten protestierten mit Massendemonstrationen gegen das Engagement der USA im Vietnamkrieg. Unter den rund 125.000 Demonstranten befanden sich Studenten, Hausfrauen, Beatniks, Doktoren, Geschäftsleute, Lehrer, Priester und Nonnen. Die Verkleidungen waren bizarr. Obwohl es meist friedlich blieb, kam es zu feurigen Wortgefechten. Gleichzeitig demonstrierten 50.000 Personen im Zentrum von San Francisco. Organisiert wurden die Aktionen von einem Bündnis aus Linken, Pazifisten und gemäßigten Kriegsgegnern. Präsident Johnson ließ unterdessen mitteilen, das FBI würde alle Aktivitäten gegen den Krieg gründlich überprüfen. Wenn man halt einfach jahrelang von 65 an bis in den Winter 67, 68 hinein mit Kriegsnachrichten konfrontiert wird und immer wieder den Verlautbarungen des Militärs zuhört, die sagen, wir gewinnen diesen Krieg. Und es dauert halt einfach an und es dauert immer länger, beginnt man natürlich zu fragen. Also da baut sich allmählich auch so eine gewisse Skepsis auf. In Teilen der politischen Elite ist das schon sehr viel früher der Fall, wo sehr viele schon sagen, wir sollten das nicht machen. Das ist der falsche Krieg am falschen Ort. Der Bürgerrechtler Martin Luther King führt eine Demonstration zum Gebäude der Vereinten Nationen an. Hier fordert er die UN zum Einschreiten gegen die US-Bombardements in Nordvietnam auf. Menschen werden mit Napalm verbrannt. Bei uns wächst die Zahl der Witwen und Weisen. Männer kehren körperlich und psychisch versehrt von den düsteren, blutigen Schlachtfeldern heim. Das ist unvereinbar mit Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe. Ein Land, das Jahr für Jahr mehr Geld für die Rüstung ausgibt als für Sozialreformen, stirbt moralisch. Die Zustimmung lässt nach, weil es gibt wenig Erfolgsmeldungen aus Vietnam, dafür aber doch mehr und mehr tote Bodybags. Und der einfache Amerikaner, der das im Fernsehen sieht, stellt sich schon armiert die Frage, was ist eigentlich los? Die Wende ist ganz klar natürlich dann die bekannte TET-Offensive, wo diese Verlautbarungen wie Gewinnen, diesen Krieg einfach konterkariert werden durch die größte Offensive, die es in diesem Krieg jemals gegeben hat. Das ist der Punkt, wo einfach die Mehrheit der Amerikaner sagt, so kann es nicht weitergehen. In den Dörfern, sie ist also einfach nicht dingfest, lokalisierbar. Sie ist nicht lokalisierbar und das macht den Krieg einfach sehr schwierig. Der Bodenkontakt findet im Süden statt. Das sind ländliche Gebiete, das Mekong-Delta, das ist eine sehr feuchte Region mit vielen Flüssen und einem sehr weitverzweigten Flusssystem. Also im Grunde genommen Sumpfgebiet. Dann gibt es so im Süden noch einige Ebenen, in denen sehr viel intensive Reiswirtschaft betrieben wird. Freies Feld, aber auch eben feucht. Und dann gibt es sehr viel Wald, Urwald, Dschungel. In diesem unwegbaren Terrain kann sich die Guerilla traditionell auf die Unterstützung der Zivilbevölkerung verlassen. Die Kämpfer stammen selbst aus den aufständischen Regionen und sie haben sich schon immer um die Belange der Bauern gekümmert. Die Vietmingen haben immer ein großes Augenmerk darauf gelegt, die sozialen Probleme, die bestanden in Südvietnam und in Zentralvietnam zu lösen. Das bedeutete zum Beispiel hohe Pachtgebühren, das bedeutete Landlosigkeit. Sie haben schon in den 1950er Jahren, schon während des Krieges, gegen die Franzosen Landreformen durchgeführt. Und das dann eben weitergeführt, ab Dezember 1960, also seit Gründung der NLF, der Befreiungsfront. Und das heißt, sie haben innerhalb kurzer Zeit große Unterstützung bekommen von Seiten der ländlichen Bevölkerung. Es kommt dem Vietcong darauf an, die enge Verbindung zwischen Bevölkerung und Vietcong permanent aufrecht zu erhalten. Das ist sozusagen der Schlüssel für den Ausgang der Konfrontation. Und das ist offenbar dem Vietcong sehr viel besser gelungen, als es den Südvietnamesen respektive Amerikanern gelungen ist, eine Trennung zwischen Insurgenten und einfacher Bevölkerung herzustellen. Mit groß angelegten militärischen Operationen versuchen die Amerikaner Herr der Lage zu werden. Ein Propagandafilm der US-Armee zeigt, wie eine Befriedungsaktion in der Theorie aussehen sollte. Wir erreichen unser Ziel in vier Stufen. Erstens riegeln wir ein Dorf ab und zerschlagen die örtliche Organisation des Vietcong. Zweitens sichern wir das Einsatzgebiet durch flächendeckende Patrouillen. Drittens gewinnen wir das Vertrauen der Bevölkerung, indem wir für Sicherheit und eine funktionierende Zivilverwaltung sorgen. Viertens entwickeln wir die Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden und der Regierung Südvietnams. Speziell ausgebildete amerikanische und südvietnamesische Befriedungsteams werden große Unterstützung bekommen von Seiten der ländlichen Bevölkerung. Es kommt dem Vietcong darauf an, die enge Verbindung zwischen Bevölkerung und Vietcong permanent aufrecht zu erhalten. Das ist sozusagen der Schlüssel für den Ausgang der Konfrontation. Und das ist offenbar dem Vietcong sehr viel besser gelungen, als es den Südvietnamesen respektive Amerikanern gelungen ist, eine Trennung zwischen Insurgenten und einfacher Bevölkerung herzustellen. Mit groß angelegten militärischen Operationen versuchen die Amerikaner Herr der Lage zu werden. Ein Propagandafilm der US-Armee zeigt, wie eine Befriedungsaktion in der Theorie aussehen sollte. Wir erreichen unser Ziel in vier Stufen. Erstens riegeln wir ein Dorf ab und zerschlagen die örtliche Organisation des Vietcong. Zweitens sichern wir das Einsatzgebiet durch flächendeckende Patrouillen. Drittens gewinnen wir das Vertrauen der Bevölkerung, indem wir für Sicherheit und eine funktionierende Zivilverwaltung sorgen. Viertens entwickeln wir die Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden und der Regierung Südvietnams. Speziell ausgebildete amerikanische und südvietnamesische Befriedungsteams kreisen ein Dorf ein. Es wird in einem doppelten Ring eingeschlossen, damit keine Vietcongen entkommen können. Im Morgengrauen ist der ganze Ort hermetisch abgeriegelt. Es werden Flugblätter abgeworfen, damit jeder weiss, was er zu tun hat. Niemand darf das Dorf verlassen. Man treibt alle Männer im Alter zwischen 15 und 45 Jahren zusammen und transportiert sie ab. Sie werden überprüft und anschließend verhört. Den anderen Dorfbewohnern wird mitgeteilt, dass sie nichts zu befürchten haben. Von nun an wird der Vietcong sie nicht mehr bedrohen können. Unterdessen läuft die Durchsuchung des Ortes. Findet man Tunnel, werden sie ausgeräuchert und man überprüft, ob sie geheime Waffen und Proviantlager bergen. Mit recht unbeholfenen Methoden versuchen die Amerikaner das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Sie meinen dadurch den Rückhalt, den die Befreiungsbewegung in der Zivilbevölkerung genießt, brechen zu können. Der Vietcong fürchtet diese Operation, weil er nun das Volk nicht mehr terrorisieren kann. Denn wer keine Angst hat, wird... Vietcong und wurden dann diese Leute massakriert. Also was tut man da? Ein amerikanischer Film, hergestellt aus erbeuteten vietnamesischen Material, schildert einen Angriff der Befreiungsfront. Sie bestimmt Ort und Zeitpunkt des Geschehens. Die Vietcong attackieren ein gepanzertes Truppenfahrzeug. Sie zerstören es und töten einige Besatzungsmitglieder. Gefangene werden barfuß durch den Dschungel abgeführt. Nach dem Einsatz werden keine Waffen zurückgelassen. Jeder Vietcong, der eine feindliche Waffe erbeutet, wird als Held gefeiert. Wie ein Schulungsfilm der US-Armee zeigt, sind amerikanische Infanteristen in jedem Dorf, das sie betreten, gefährdet. Sie können jederzeit aus einem gut getarnten Versteck unter Beschuss genommen werden. Jeder Dorfbewohner könnte ein Aufständischer sein. Das ist dem Vietcong recht gut gelungen, dass die Kämpfer in der Bevölkerung verschwinden und untertauchen können. Und bei Gegebenheit tendenziell die gesamte Bevölkerung sich in Kämpfer verwandelt. Dieser Krieg in Südostasien ist ungewöhnlich. Es gibt keine Frontlinien. Der schwer zu fassende Feind kann sich als Dorfbewohner oder Bauer tarnen. Um herauszufinden, was in feindlichem Gebiet vorgeht, braucht man Bodentrücken. Bei ihren Search-and-Destroy-Missionen durchkämmen amerikanische Patrouillen in oft mehrwöchigen Einsätzen feindliches Terrain. Sie begeben sich dabei in höchste Gefahr, haben aber nur mäßigen Erfolg. Der Gegner ist nicht sichtbar. Und man versucht einfach irgendwie an diesen Gegner heranzukommen. Aus Sicht des amerikanischen Militärs will man sozusagen die eigenen Verluste so gering wie möglich halten. Nur damit, indem man sich einfach den Weg freischießt. Die US-Armee verschärft im Kampf gegen die Aufständischen die militärische Härte. Sie versucht, ihnen die Rückzugsräume zu nehmen. Dann kommen Pionierpanzer und planieren große Dschungelflächen, um den Vietkopf. Soldaten, die das eindringlich in ihren Erinnerungen beschrieben haben. Einer hat es auf die sehr griffige Formel gebracht. If you have a step, it might be your last step. Also wenn du einen Fuß an die falsche Stelle setzt, war das möglicherweise dein letzter Schritt. Die Kämpfer der Nationalen Befreiungsbewegung schlagen mit den Waffen des Gegners zurück. Die Blindgänger aus amerikanischer Fabrikation werden eingesammelt. Sie werden in geheimen und gut getarnten Nachschublagern ausgeschlachtet. Der Sprengstoff wird für die Herstellung von Minen genutzt. Auf diese Waffe sind insgesamt 10 Prozent aller amerikanischen Verluste zurückzuführen. Das hat in der Tat die Moral dieser GIs in einer Weise zermürbt, von der man sich vorher keine Vorstellung hat machen können. Einerseits verbreiten die Amerikaner ja Schrecken und Terror, aber das tun natürlich die kommunistischen Soldaten auch. Sie versuchen natürlich das amerikanische Militär auch zu terrorisieren, sie zum Abzug zu bewegen mit allen Mitteln. Und da sind sie doch relativ erfolgreich, was sich ganz zynisch natürlich an der Anzahl der amerikanischen Gefallenen ablesen lässt. Und die Todesrate, die steigt halt dramatisch an. In der Nähe von Saigon gab es ein sehr weit verzweigtes Tunnelsystem in Ku Chi, so ein Distrikt in der Nähe von Saigon. Die Vietkong, also die Befragungsfront, ist gewissermaßen unter die Erde gegangen und hat ein weit verzweigtes Tunnelsystem errichtet. Mit einer regelrechten Infrastruktur, mit Küchen, mit Versammlungsräumen etc. Die Amerikaner waren zunächst mal in diesem Gebiet stationiert und wunderten sich, dass plötzlich nachts ab und zu amerikanische GIs erschossen wurden. Sie wussten zunächst mal gar nicht, wo der Feind war. Tatsächlich war der Feind halt unter der Erde. Die Amerikaner haben versucht, dieses Tunnelsystem zu zerstören. Also sie haben relativ schnell gemerkt, dass es dieses Tunnelsystem gab, aber es ist ihnen faktisch nicht gelungen, dieses Tunnelsystem endgültig zu zerstören. Wenn man nur eine Ahnung davon hat, mit welcher Leidenschaft, Hingabe, Zähigkeit, Entschlossenheit. Agent Orange. Ein hochgiftiges, dioxinhaltiges Entlaubungsmittel. Insgesamt werden rund 50 Millionen Liter dieses Kampfstoffes über den Dschungeln Vietnams versprüht. Agent Orange. Entlaubungsmittel, die dann in großem Stil eingesetzt wurden, wo man also versucht hat, den Gegner sichtbar zu machen, indem man den Wald entlaubt mit Chemikalien. Das hat furchtbare langfristige Folgen, weil einfach diese Chemikalien doch sehr lange im Boden bleiben, dann ins Grundwasser sickern. Und in einigen Regionen, das eben einfach langfristige Folgen hat, bis heute. Aber im Krieg natürlich eingesetzt wurde, zunächst einmal eben, um den Gegner sichtbar zu machen. Ein Krieg, der also mit allen Mitteln, muss man sagen, unterhalb der Schwelle natürlich der Nutzung der Atombombe eben geführt wurde. Dieser Krieg war in dieser Form, mit dieser Verzähligkeit der Nordwietnamesen gegen diesen Besatzer, gegen diese weißen Eindringlinge, das waren die Amerikaner in dem Verständnis, das waren Feinde, war nicht zu gewinnen. Kurzum, die Herstellung massiver technologischer amerikanischer Überlegungheit ist gescheitert oder konterkariert worden durch ihre Unfähigkeit zwischen Freund und Feind präzise zu unterscheiden. Deswegen ist gewissermaßen die amerikanische militärische Antwort politisch nach hinten losgegangen. Man darf sich nicht auf die Art der Kriegsführung der stärkeren Seite einlassen. Man darf nicht aus der Deckung gehen. Man muss dafür Sorge tragen, dass man Nachschubwege blockiert und dass man die moralischen Ressourcen des Gegners angreift. Wie demotiviert man eine an Ausrüstung und an der Ausbildung her überlegene Streit macht? Man demoralisiert sie, indem man ihnen große Verluste zufügt, ohne dass es zu einer offenen Feldschlacht kommt. Ohne, dass man sich ihnen offensiv stellt zur direkten Auseinandersetzung, Kompanie gegen Kompanie oder meinetwegen Zug gegen Zug oder Mann gegen Mann. Und wie bringt man das zu Wege? Mit einem ganz einfachen und sehr billigen Mittel. Nämlich indem man das ganze Land mit Sprengfallen, mit Minen übersät und im Grunde genommen das ganze Terrain zu einer Todeszone macht. Zu einer Todeszone, in der sich die feindlichen Soldaten überhaupt nicht... ...zieht mordend und vergewaltigend durch das Land. Niemand zählt die Toten. Heute schätzt man vorsichtig mehrere hundert Opfer. Faktisch war ab ca. 67, 68 ein großer Teil der südvietnämischen Bevölkerung, vor allem auf dem Land, kriegsmüde. Und den meisten ging es jetzt eigentlich nur noch darum, zu überleben. Und wer konnte, floh. Wer nicht konnte, versuchte irgendwie noch in den Dörfern zu überleben. Hatte aber sehr schlechte Karten, denn die Amerikaner waren eigentlich nur daran interessiert, gute Statistiken zu erzielen. Also das bedeutete gute Body-Count-Zahlen und eine hohe Tötungsquote. Das war für damals, für amerikanische Offiziere, ein wichtiges Beförderungskriterium. Und wenn ein vietnamesischer Bauer auf dem Reisfeld arbeitete und ein Hubschrauber vorbeikam und dieser Bauer aus Furcht floh, dann war für die Hubschrauberbesatzung klar, das ist ein Vietkong, weil er flieht. Und er wurde eben mit der MG niedergemäht. Diese alltägliche Gewalt zieht sich im Grunde genommen von dem Jahr 1965 bis zu dem Rückzug April Mai 1975. Sie nimmt unterschiedlichste Formen an. Von der Schikane gegen Dorfbewohner bei der Besetzung eines Dorfes. Angefangen, wenn man also bewusst vergiftete Getränke in Umlauf bringt. Oder aber mit den Jeeps oder den Panzern vorsätzlich Hütten überrollt oder Passanten unter Feuer nimmt. Bis hin zu Helikoptern, die auf dem Rückflug von Einsatz A in ihren Stützpunkt B überflüssige Munition verfeuern, indem sie auf Feldern arbeitende Bauern unter Beschuss nehmen. All das sind im Grunde genommen alltägliche Vorkommnisse. Zu den alltäglichen Vorkommnissen gehört auch die Ermordung von Gefangenen. Folter ist an der Tagesordnung. Alle foltern. Alle foltern. Also es wäre, denke ich, ungerecht, sozusagen zu sagen, nur die Amerikaner tun es. Es ist deswegen sozusagen für die Amerikaner ein bisschen was anderes, weil sie mit einem hohen moralischen Anspruch antreten. Und weil sie nicht in der Lage sind, diesem moralischen Anspruch gerecht zu werden. Das tun andere vielleicht nicht in dem Maße. Und deswegen geraten die Amerikaner dann auch schnell in die Kritik zurecht. Aber sie sind sicherlich nicht die Einzigen, die bei ihm geführt wurde. Dieser Krieg war in dieser Form, in dieser Verzähligkeit der Nordwindamesen gegen diesen Besatzer, gegen diese weißen Eindringlinge. Das waren die Amerikaner in dem Verständnis. Das waren Feinde. War nicht zu gewinnen. Kurzum, die Herstellung massiver technologischer amerikanischer Überlegungheit ist gescheitert oder konterkariert worden durch ihre Unfähigkeit zwischen Freund und Feind präzise zu unterscheiden. Deswegen ist gewissermaßen die amerikanische militärische Antwort politisch nach hinten losgegangen. Man darf sich nicht auf die Art der Kriegsführung der stärkeren Seite einlassen. Man darf nicht aus der Deckung gehen. Man muss dafür Sorge tragen, dass man Nachschubwege blockiert und dass man die moralischen Ressourcen des Gegners angreift. Wie demotiviert man eine an Ausrüstung und einer Ausbildung her überlegene Streit macht? Man demoralisiert sie, indem man ihnen große Verluste zufügt, ohne dass es zu einer offenen Feldschlacht kommt. Ohne dass man sich ihnen offensiv stellt zur direkten Auseinandersetzung, Kompanie gegen Kompanie oder meinetwegen Zug gegen Zug oder Mann gegen Mann. Und wie bringt man das zu Wege? Mit einem ganz einfachen und sehr billigen Mittel. Nämlich indem man das ganze Land mit Sprengfallen, mit Minen übersät und im Grunde genommen das ganze Terrain zu einer Todeszone macht. Zu einer Todeszone, in der sich die feindlichen Soldaten überhaupt nicht bewegen können, ohne damit rechnen zu müssen, in jeder Sekunde auf einem Sprengfall, auf einer Mine zu treten. Das genau war in Vietnam der Fall. Es gab Einheiten, bei einer amerikanischen Armee und noch bei den Marines, die 50 Prozent ihrer Verluste nur durch den Einsatz von Sprengfallen hatten. Die nie einen Gegner zu Gesicht bekommen hatten. Ein Krieg, der mit ungleichen Mitteln geführt wird. Und da versuchen eben die vietnamesischen Soldaten einzusetzen, was geht. Sie versuchen halt, so viele amerikanische Soldaten zu treffen wie möglich, mit relativ begrenzten Mitteln. Das sind zum Beispiel eben Fallen wie Erdgruben. In den Dschungeln Vietnams kämpft die Guerilla nicht nur mit geschmuggelten oder gestohlenen Waffen. Sie fertigt primitlich kämmen amerikanische Patrouillen in oft mehrwöchigen Einsätzen feindliches Terrain. Sie begeben sich dabei in höchste Gefahr, haben aber nur mäßigen Erfolg. Der Gegner ist nicht sichtbar. Und man versucht einfach irgendwie an diesen Gegner heranzukommen. Aus Sicht des amerikanischen Militärs will man sozusagen die eigenen Verluste so gering wie möglich halten. Nur damit, indem man sich einfach den Weg freischießt. Die US-Armee verschärft im Kampf gegen die Aufständischen die militärische Härte. Sie versucht, ihnen die Rückzugsräume zu nehmen. Dann kommen Pionierpanzer und planieren große Dschungelflächen, um dem Vietcong in Zukunft das Versteck zu nehmen. Dabei gilt auch die grundlegende Devise eines jeden Partisanenkrieges. Je repressiver die Gegenseite auf Anschläge, Ermordungen und derlei mehr reagiert, desto mehr Unterstützung bekommt man selber durch die Bevölkerung, weil die andere Seite ja noch viel schlimmer ist. Auf alles, was irgendwie sich bewegt wird. Geschossen. Mit allen Mitteln. Das amerikanische Militär hat eine fast unbegrenzte Anzahl Munition. Und da wird gefeuert, wie es geht. Und hinterher sieht das Gebiet halt aus wie eine Mondlandschaft. Wenn der Vietcong in der Fläche diffundierte, dann kam es darauf an, ihn aufzuspüren, ihn zu stellen, zu markieren, um ihn dann aus der Luft mit Kampfbombern ohne eigene massive Verluste von Bodentruppen zu vernichten. Das war das Konzept, das aber natürlich so nicht aufgegangen ist. In diesem unübersichtlichen Krieg setzt die US-Luftwaffe verstärkt Napalm gegen vietnamesische Dörfer ein. Dabei handelt es sich um ein langsam brennendes, verdicktes Benzingemisch, das kaum zu löschen ist. Insgesamt werden während des Krieges ungefähr 400.000 Tonnen Napalm über Vietnam abgeworfen. Kollateralschäden wurden immer massiver. Die Identifikation des Vietcongs war nicht zuverlässig, wie hätte es auch sein können, in der Aufspürung von Partisanen, die gewissermaßen sich immer wieder mit der Bevölkerung vermischt haben, so dass also Napalm, also diese spezifische Waffe der Amerikaner, gleichsam zum Symbol. Das dann eben weitergeführt, ab Dezember 1960, also seit Gründung der NLF, der Befreiungsfront. Und das heißt, sie haben innerhalb kurzer Zeit große Unterstützung bekommen vonseiten der ländlichen Bevölkerung. Es kommt dem Vietcong darauf an, die enge Verbindung zwischen Bevölkerung und Vietcong permanent aufrechtzuerhalten. Das ist sozusagen der Schlüssel für den Ausgang der Konfrontation. Und das ist offenbar dem Vietcong sehr viel besser gelungen, als es den Südvietnamesen respektive Amerikanern gelungen ist, eine Trennung zwischen Insurgenten und einfacher Bevölkerung herzustellen. Mit groß angelegten militärischen Operationen versuchen die Amerikaner Herr der Lage zu werden. Ein Propagandafilm der US-Armee zeigt, wie eine Befriedungsaktion in der Theorie aussehen sollte. Wir erreichen unser Ziel in vier Stufen. Erstens riegeln wir ein Dorf ab und zerschlagen die örtliche Organisation des Vietcong. Zweitens sichern wir das Einsatzgebiet durch flächendeckende Patrouillen. Drittens gewinnen wir das Vertrauen der Bevölkerung, indem wir für Sicherheit und eine funktionierende Zivilverwaltung sorgen. Viertens entwickeln wir die Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden und der Regierung Südvietnams. Speziell ausgebildete amerikanische und südvietnamesische Befriedungsteams kreisen ein Dorf ein. Es wird in einem doppelten Ring eingeschlossen, damit keine Vietcong entkommen können. Im Morgengrauen ist der ganze Ort hermetisch abgeriegelt. Es werden Flugblätter abgeworfen, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Niemand darf das Dorf verlassen. Man treibt alle Männer im Alter zwischen 15 und 45 Jahren zusammen und transportiert sie ab. Sie werden überprüft und anschließend verhört. Den anderen Dorfbewohnern wird mitgeteilt, dass sie nichts zu befürchten haben. Von nun an wird der Vietcong sie nicht mehr bedrohen können. Unterdessen läuft die Durchsuchung des Ortes. Findet man Tunnel, werden sie ausgeräuchert und man überprüft, ob sie geheime Waffen und Proviantlager bergen. Mit recht unbeholfenen Methoden versuchen die Amerikaner das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Sie meinen dadurch den Rückhalt, den die Befreiungsbewegung in der Zivilbevölkerung genießt, brechen zu können. Kunden fängt das Dorf Feuer, brennt, aber unter Umständen sind halt eben auch noch Frauen, Kinder, alte Leute, Bauern auch noch da, die dann auch sterben. Also entweder, weil sie verbrennen oder weil sie eben an Sauerstoffmangel sterben. Also eine berüchtigte Waffe. Das amerikanische Militär setzt auf Masse. Das Heer von Versorgungstruppen, das die US Air Force mit Napalm beliefert, sorgt auch für den Nachschub von unzähligen Sprengbomben. Moderne Kriegsführung schließt in den späten 1960er Jahren auch den Einsatz einer weiteren chemischen Waffe ein. Agent Orange. Ein hochgiftiges, dioxinhaltiges Entlaubungsmittel. Insgesamt werden rund 50 Millionen Liter dieses Kampfstoffes über den Dschungeln Vietnams versprüht. Agent Orange, Entlaubungsmittel, die dann in großem Stil eingesetzt wurden, wo man also versucht hat, den Gegner sichtbar zu machen, indem man den Wald entlaubt mit Chemikalien. Das hat furchtbare langfristige Folgen, weil einfach diese Chemikalien doch sehr lange im Boden bleiben, dann ins Grundwasser sickern. Und in einigen Regionen das eben einfach langfristige Folgen hat, bis heute. Aber im Krieg natürlich eingesetzt wurde, zunächst einmal eben, um den Gegner sichtbar zu machen. Ein Krieg, der also mit allen Mitteln, muss man sagen, unterhalb der Schwelle natürlich der Nutzung der Atombombe eben geführt wurde. Dieser Krieg war in dieser Form, mit dieser Verzähligkeit der Nordwindamesen gegen diesen Besatzer, gegen diese weißen Eindringlinge, das waren die Amerikaner in Verständnis, das waren Feinde, war nicht zu gewinnen. Kurzum, die Herstellung massiver technologischer amerikanischer Überlegungheit ist gescheitert oder konterkariert worden durch ihre Unfähigkeit zwischen Freund und Feind präzise zu unterscheiden. Deswegen ist gewissermaßen die amerikanische militärische Antwort politisch nach hinten losgegangen. Man darf sich nicht auf die Art der Kriegsführung